Die Luft im Flugzeug so sauber wie in einem Operationssaal? Das ist die These des Bundesverbandes der Deutschen Luftverkehrswirtschaft. Demnach ist das Fliegen auch während der Corona-Pandemie völlig unproblematisch. Doch Fachleute weltweit sehen das völlig anders. Welche Sicherheitsvorkehrungen gelten an Bord? Wie hoch ist die Infektionsgefahr beim Flug in den Urlaub wirklich? Und welche Möglichkeiten gibt es, das Ansteckungsrisiko im Flugzeug zu minimieren? Clixoom Science & Future gibt's drei Mal pro Woche spannende Science-Videos. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Nur so verpasst er nichts. Los geht's! Clixoom gibt's übrigens auch als rein akustischen Ohrenschmaus und zwar als Podcast für unterwegs. Der Link ist hier unterm i und in der Videobeschreibung. Aktuell steigt die Zahl der neu gemeldeten Corona-Infektionen wieder und beim Robert-Koch-Institut schrillen die Alarmglocken. Noch in der vergangenen Woche hatte der Präsident des Robert-Koch-Instituts Lothar Wieler gesagt, dass ihm die neueste Entwicklung, Zitat, große Sorgen bereite. In der vergangenen Woche waren in Deutschland rund 3.600 Infektionen gemeldet worden. In der Zeit davor waren die Fallzahlen stabil und lagen bei täglich 300 bis 500 neu gemeldeten Fällen. Die Fachleute führen den derzeitigen Anstieg zum Teil auf Urlaubsrückkehrer zurück, die das Virus aus dem Ausland mit einschleppen. Am Wochenende, 25. 26. Juli, waren am neuen Corona-Testzentrum am Düsseldorfer Flughafen bei knapp 60 Reisenden eine Infektion festgestellt worden. Doch derzeit ist Urlaubszeit und viele wünschen sich ein Stück Normalität zurück. Sie steigen in den Flieger, um sich am anderen Ende der Welt zu entspannen. Doch dafür notwendig ein oft stundenlanger Flug. Doch ist der Flieger nicht einer der ungünstigsten Orte, an denen man sich während der Corona-Pandemie aufhalten kann? Kaum an einem Ort sind sich so viele Leute so nah wie hier und vor allem auch so lange. Es sind teilweise hunderte Menschen, die eng nebeneinander in einem geschlossenen Raum sitzen. Eigentlich unvorstellbar in diesen Tagen, wo doch viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vor einer zweiten Welle waren. Der Bundesverband der deutschen Luftverkehrswirtschaft allerdings sieht das keineswegs als Problem. Demnach sei das Infektionsrisiko in Flugzeugen extrem gering. Die Luft in den Kabinen sei vergleichbar mit der Luft in Operationssälen. Garantiert werde das durch spezielle Filter und den Mund-Nasen-Schutz, den die Passagiere und die Besatzung verpflichtend tragen müssen. Die Luft im Flieger also ähnlich rein wie in einem OP? Okay. Was sagen Fachleute zu dieser Behauptung? Und kam es in den vergangenen Monaten bereits zu Corona-Übertragungen in einem Flugzeug? Wie sicher ist das Fliegen in Zeiten von Corona? Also wirklich genau um diese Fragen geht es in diesem Video. Nach den Leitlinien der Europäischen Union zu Flugreisen während der Corona-Pandemie muss nicht nur das Bordpersonal, sondern auch alle Passagiere ab sechs Jahren eine medizinische Schutzmaske tragen. Und zwar ab dem Betreten des Flughafens bis zur Ankunft am Reiseziel. Die Leitlinien sehen vor, dass die Masken alle vier Stunden gewechselt werden sollen. Fluggesellschaften können Reisenden, die keine Maske tragen, den Mitflug verweigern. Die Empfehlung der EU-Behörde für Luftfahrtsicherheit und der EU-Krankenheitsbekämpfungsbehörde ist es außerdem, die Abstandsregeln einzuhalten. Und zwar, Zitat, im Rahmen des Möglichen. Dazu könnte beispielsweise ein Sitz pro Reihe oder aber sogar jede zweite Reihe im Flugzeug zusätzlich freigehalten werden. Keine Frage, dass den Airlines das gegen den Strich geht. Denn wenn Plätze frei bleiben, geht massig an Geld verloren. Die Internationale Luftverkehrsvereinigung beispielsweise argumentiert, dass das Fliegen in diesen Fällen dann nicht mehr wirtschaftlich sei. Die Redaktion des ARD-Politmagazins Report Mainz hatte Ende Mai einen Selbstversuch gestartet. Und die Regeln beim Fliegen während der Corona-Pandemie genauer ins Visier genommen. Die Ergebnisse waren ernüchternd. Denn die Regeln wurden bei weitem nicht immer eingehalten. Am Frankfurter Flughafen waren einige Passagiere beim Check-in und am Boarding-Gate ohne Maske unterwegs. Und die Einweiser und Einweiserinnen-Verantwortlichen wirkten überfordert mit den vielen Passagieren, die teils dicht gedrängt zusammenstanden. Beim Ein- und auch beim Aussteigen drängelten sich die Passagiere minutenlang im Mittelgang des Flugzeuges, also so wie es immer war. Und kleine Beobachtung meinerseits. Immer wenn ich geflogen bin, lief die Klimaanlage, um die es gleich noch geht, noch gar nicht während des Einstiegs. Also von wegen Bedingungen wie im OP. Und da kommt noch mehr dazu. Auch im Flugzeug selbst während des Fluges wurden die Sicherheitsvorkehrungen also lange nicht so eingehalten wie von der EU empfohlen. Bei dem Flug von Frankfurt nach Portugal beobachteten die Journalistinnen und Journalisten, dass fast jeder Mittelplatz belegt war. Dazu muss man sagen, dass die EU-Vorgaben das tatsächlich erlauben, wenn das Flugzeug ausgebucht ist. In diesem Fall müssen Abstandsregeln nicht eingehalten werden. Das entsprechende EU-Protokoll mit der Bezeichnung Covid-19 Aviation Health Safety Protocol wurde am 20. Mai 2020 veröffentlicht und kein einziger der enthaltenen Hinweise ist für die Airlines tatsächlich bindend. Es handelt sich einzig und allein um Empfehlungen. Eine der Kernaussagen lautet, wenn körperlicher Abstand aufgrund der Passagierlast nicht garantiert werden kann, sollten sich Passagiere an andere vorbeugende Maßnahmen halten und eine Gesichtsmaske tragen. Wie kann das sein? Wie kann es sein, dass überall penibel darauf geachtet wird und nur im Flugzeug plötzlich alles egal ist? Sind die Bedingungen im Flugzeug also wirklich so hygienisch wie im OP-Saal? Das Abstandhalten zählt mittlerweile seit einigen Monaten zu einer der elementaren Maßnahmen des Gesundheitsschutzes in der Corona-Pandemie. Mindestens 1,5 Meter Abstand sollten es zum Schutze aller sein. Wer sich nicht daran hält, dem drohte zeitweise sogar ein saftiges Bußgeld. Nur im Flugzeug dürfte und darf das komplett anders sein? Der Dachverband, der Fluggesellschaften und die Airlines selbst argumentieren mit der Maskenpflicht. Zudem sei auch der Bordservice wegen Corona reduziert. Die Klimaanlagen an Bord des Flugzeugs würden die Luft so gut filtern, wie es auch bei Krankenhäusern der Fall sei. Die Ansteckungsgefahr werde weiterhin durch die vertikale Belüftung jedes einzelnen Sitzplatzes in Verbindung mit den Schutzmasken ausreichend verringert. Airbus beispielsweise schreibt, dass die Luft in den Kabinen alle zwei bis drei Minuten erneuert werde. Dazu der Airbus-Ingenieur Jean-Brice Dumont. Die Luft im Flugzeug ist bei der Landung sauberer als nach dem Schließen der Türen beim Start. Durch den Einsatz von Hochleistungsfiltern habe die Luft in der Kabine somit die Qualität wie in einem Krankenhaus. Zu den Abstandsregelungen sagte David Paul vom Dachverband der Fluggesellschaften, niemand hat gezeigt, dass ein leerer mittlerer Sitz die Wahrscheinlichkeit verringert, Covid-19 von einer Person zur anderen zu übertragen. Das ist nicht ganz richtig, hören wir gleich noch mehr dazu. Zudem hätten die Passagiere wenig Gesichtskontakt, sehen während des Fluges nach vorne und auch die Sitze würden als eine Art Barriere dienen. Auf der anderen Seite gesteht sogar Airbus selbst ein, das einzige tatsächliche Gesundheitsrisiko besteht im Kontakt von Person zu Person durch Niesen oder Husten, wird die Infektion über kurze Strecken durch Tröpfchen übertragen. Kein Belüftungssystem ist in der Lage, diese Art der Übertragung zu verhindern. In einer dpa-Meldung lässt der Konzern außerdem vermelden, eine Infektion durch Anhusten oder direkten Kontakt ist allerdings auch im Flugzeug möglich, gerade wenn Menschen eng beieinander sitzen. Hm, warum dann kein Mindestabstand? Fachleute weltweit warnen schon seit Anfang der Corona-Pandemie davor, das Fliegen in dieser Zeit auf die leichte Schulter zu nehmen. Der US-Wissenschaftler Quing-Yan Chen kann die Argumentation der Fluggesellschaften nicht nachvollziehen. Er bezeichnet volle Flugzeuge als, Zitat, ziemlich gefährlich. Ein Forschungsteam von der Purdue University aus den USA und dem Flugzeugingenieur Dieter Scholz aus Hamburg hat nun eine Simulation erstellt. Diese offenbart ganz klar, dass das Corona-Risiko im Flugzeug größer ist als gedacht. In der Simulation hustet oder niest eine Person und es bildet sich eine Tröpfchenwolke. Laut dem US-Forscher Quing-Yan Chen von der Purdue University werden die Tröpfchen zunächst eher nach vorn geschleudert. Wenn eine Maske aufgesetzt wurde, strömen die Tröpfchen bedingt durch den Luftdruck aus der Lunge zwischen Gesicht und Maske zur Seite und nach oben und unten, als durch das Filtermaterial hindurch. Darin enthalten können natürlich auch Viruspartikel sein, die sich durch die Luftzirkulation in der Kabine verteilen. Hier sagt einem schon der gesunde Menschenverstand, dass an dieser Stelle der Abstand entscheidend ist. Dazu schreibt der Hamburger Forscher Dieter Scholz, je größer der Abstand ist, desto größer ist das Volumen und je geringer ist in diesem Moment die Dichte der Tröpfchen. Es entspricht ja schon der Intuition, dass es einen Unterschied macht, ob ich von jemandem aus kurzer Entfernung angehustet werde oder ob ich am anderen Ende der Flugzeugkabine nur noch verdünnten Viren ausgesetzt bin, nachdem sich die Viren über die ganze Kabine verteilt haben. Die Tröpfchendichte ist also geringer, wenn weiter entfernte Nachbarn erreicht werden, als wenn der direkte Sitznachbar oder die direkte Sitznachbarin getroffen werden. Klar ist hierbei auch, dass die Virenausbreitung minimiert werden könnte, wenn Sitze oder sogar ganze Reihen freigelassen würden. Nach den Berechnungen von Dieter Scholz könnte das Risiko einer Infektion um den Faktor Acht reduziert werden. Um den Faktor Acht, das ist echt schon der Hammer, wenn der Mittelsitz jeweils freigehalten würde. Mehr als leichtsinnig also, dass die Politik genau das den Airlines nicht vorschreibt. Und zum Haare raufen, dass man sich den Abstand zum Sitznachbarn bei manchen Airlines sogar erkaufen muss. Diese machen damit also noch Kohle. Bei Eurowings bleibt der Mittelsitz gegen einen Aufpreis von 18 Euro frei. Das ist schon ein bisschen unappetitlich. Gesundheitsschutz nur gegen Cash. Zurück zur Studie. Für kürzt und vereinfacht gesagt bleiben die Teilchen der aktuellen Simulation zufolge vier Minuten in der Luft, bevor diese von der Klimaanlage gefiltert wird. Bei der Hälfte der Luft, die in die Kabine gelangt, handelt es sich übrigens um sogenannte rezirkulierte Luft. Fachleute meinen damit die Luft, die der Kabine entnommen wurde und dann mit Hilfe von Schwebstofffiltern gereinigt wurde. Hierbei handelt es sich um HEPA-Filter. Das steht für High Efficiency Particulate Air Filter. Daher wohl auch der Vergleich mit den Operationssälen. Denn diese HEPA-Filter werden tatsächlich auch dort eingesetzt. Sie sind in der Lage, Viren zu filtern. Doch klar ist auch, dass die Airlines hier Äpfel mit Birnen vergleichen. Dazu heißt es auf der Webseite des Hamburger Wissenschaftlers Dieter Scholz, die Luftfahrtindustrie argumentiert verkürzt. Flugzeuge und Operationssäle haben HEPA-Filter, daher ist die Luftqualität gleich gut. Entgegnung a wenn HEPA-Filter Viren filtern sollten, Rezirkulation, dann müssen die Viren vorher in der Kabinenluft vorhanden gewesen sein b Umkehrschluss. Die Qualität der Luft im Operationssaal ist vergleichbar mit der im Flugzeug, wenn 200 Personen um den OP-Tisch herumstehen und zusehen. Im Klartext heißt das also, dass sich die Passagiere gegenseitig anstecken können. Und zwar bevor die Luft durch die Klimaanlage ausgewechselt wurde. Übrigens gibt es einen weiteren entscheidenden Unterschied zwischen den Klimaanlagen in Operationssälen und denen in Flugzeugen, auch wenn in beiden die sogenannten HEPA-Filter eingesetzt werden. In einem OP-Saal wird nämlich verhindert, dass Partikel lange in der Luft stehen können. Frischluft wird ständig durch einen HEPA-Filter oben in die Räume hereingeleitet und am Boden abgesaugt und ausgeleitet. So herrscht ein konstanter Luftstrom. Darauf sind Flugzeuge gar nicht ausgelegt. Es herrscht zwar ein kontinuierlicher Luftaustausch. Aber mit einem Operationssaal ist das bei weitem nicht zu vergleichen. Verschiedene wissenschaftliche Studien zeigen ganz eindeutig, dass in den vergangenen Monaten verschiedene Fälle von Covid-19-Ansteckungen in Flugzeugen stattgefunden haben. So passiert beispielsweise auf einem 3-Stunden-Flug von Hongkong nach Peking Mitte März mit 120 Personen an Bord. Eine an Covid-19 erkrankte Person hat der Studie zufolge auf dem Flug 20 Personen sicher angesteckt. Zwei der angesteckten Leute saßen sieben Sitzreihen vor der erkrankten Person und eine weitere angesteckte Person fünf Sitzreihen hinter ihr. Und das ist ein viel realistischeres Bild. Wenn man im Flugzeug mit einem Covid-19-Erkrankten sitzt, ist das Risiko also hoch. Zu diesen ganzen wissenschaftlichen Erkenntnissen kommt ja auch noch der Faktor Mensch. Und der ist quasi unberechenbar. Denn die meisten Corona-Sicherheitsmaßnahmen setzen auf die Eigenverantwortung und die Ehrlichkeit der einzelnen Passagiere. Das zeigt auch ein Fallbeispiel, dass The Guardian die britische Zeitung recherchiert hat. Die Redaktion hatte eine Person im Interview, die sich auf dem Vietnam-Airlines-Flug infiziert hatte. Dieser hatte angegeben, dass er vor dem Flug gefragt wurde, ob er sich vor kurzem in China, Italien oder dem Iran aufgehalten habe. Zitat. Was wäre denn passiert, wenn ich dort gewesen wäre, aber mit Nein geantwortet hätte? Ein großes Problem ist auch die Nachverfolgung. Und selbst dann, wenn sie einzig und allein innerhalb von Deutschland erfolgen muss. So waren beispielsweise vier Reisende aus einem Mallorca-Urlaub in Nürnberg gelandet und dann in ihre Heimat Cottbus gereist. Dieser Fall wurde zwar beim Gesundheitsamt Nürnberg gemeldet, doch in Cottbus ist man für die Kontaktverfolgung verantwortlich. Tja, und da wusste man von nichts. Das Fazit vom Hamburger Forscher Dieter Scholz ist jedenfalls eindeutig. Wenn jemand sagt, Fliegen ist auch in Corona-Zeiten sicher, dann hat diese Aussage das Niveau von Die Renten sind sicher. Studien legen allerdings nahe, dass Reisende sich nicht nur selbst gefährden. Es ist nicht auszuschließen, dass Fliegen während der Corona-Pandemie erheblich zu einer zweiten Ansteckungswelle beiträgt. Keine Frage, dass sich die Ansteckungen so rasend schnell über die ganze Welt verbreiten können. Bleibt an dieser Stelle nur noch festzuhalten, dass die Aussagen und Argumentationen der Luftfahrtindustrie irreführend und vor allem auch leichtsinnig sind. Für alle, die eigentlich gar nicht fliegen wollen, aber nicht drum herum kommen, könnten die folgenden Ratschläge hilfreich sein, im besten Fall in der letzten Reihe am Fenster einen Sitzplatz buchen und die Luftdüsen schließen. Während des Fluges nicht umhergehen, sondern lieber sitzen bleiben und außerdem mindestens eine Atemschutzmaske mit einem P-Filter benutzen, besser noch eine FFP2-Maske. Das rät jedenfalls Dieter Scholz. Mundschutz wegen CO2 ungesund. Und noch ein Thema, das heißt diskutiert wird, anklicken. Also hier anschauen und abonnieren. Ist ja kostenlos. Und zwar einfach Medizin. Top-Medizin-Kanal. Bis dann. Bleibt dran.